Eine Herausforderung hat sich als Familie um Gefahren vorzubereiten, um sich die Risiken bewusst zu geben. Da können unsere Kinder auch ein langes Neues erleben. Wenn ihr so gut ihn auch viel sucht, müsst ihr euch als Eltern immer noch Gedanken und nicht, dass ihr berauscht, wenn die Kinder ihr daheim sind. Mit dem Internet beginnen wir neue Gefahren an unseren eigenen Feiern. Auch heute haben die Mäschlisch-Käte für die Risiken und Gefahren bei der Benutzung von den Geräten zu verringern. Dank der Geräte kann man gerecht anzustellen.